Wenn so ein grausamer Krieg den Boden unter den Füßen wegreißt, sieht man keine Zukunft mehr. Alles verschwimmt. Todesangst um seine Liebsten. Man ist sprachlos, ohnmächtig, hat keine Tränen mehr. Aber da gibt es plötzlich Menschen. Gebete und Hände, die einem den Weg zeigen. Das sind plötzlich wildfremde Menschen, die helfen. Da sieht man plötzlich Licht am Ende des Tunnels. Man schaut durch ein Schlüsselloch voller Dunkelheit und fängt an, neu zu sehen und zu fühlen. Bei aller Verzweiflung gibt es so viel Licht, Liebe und Wärme, von der man getragen wird. Man sieht wieder ein Ziel vor Augen. Was auch geschieht, am Ende siegen wir immer. Denn am Ende steht das Leben. Das Leben kann nur gewinnen. Alle Todeszeichen werden in Hoffnung verwandelt. Der König hat den Tod besiegt, die Liebe hat gewonnen. Gott, du lässt uns nicht alleine und du schickst uns Engel, die uns den Weg weisen. Das Leben ist heute da. Wir geben nicht auf. Die Menschlichkeit hat jetzt schon über das Böse gesiegt, weil es Menschen gibt, die lieben. Amen. Amen.